Sandra Maischberger war in Namibia, glaube ich. Immer wieder mal, weil ich ein großer Fan von Wüsten bin und weil ich eine Freundin hatte, die da bei einer deutschen Zeitung, es ist ja ehemals Deutsch-Südwest und es gibt da so eine deutsche Community, die erstaunlich komische politische Ansichten manchmal hat, aber jedenfalls ist das ein großartiges Land, wahnsinnig beeindruckend, mein erstes afrikanisches Land und nach Namibia bin ich immer wieder da hingefahren, auch in afrikanische, in die Natur und bin immer wieder fasziniert und Namibia gehört zu den ungewöhnlichsten Ländern, finde ich, mit dieser breiten Wüste am Meer, wo dann der Nebel, apropos wieder, dann hineingeht und da die Wüste zum Blühen bringt in bestimmten Jahreszeiten. Und auch diese unterschiedlichen Landschaften, dann hat man die Wüste und diese riesigen Berge und plötzlich ganz im Norden auch wieder Wälder, Wahnsinn. Jetzt kann ich mir vorstellen. Atem.